Es kann schon wieder nichts werden Vor allem weil der Heralder überhaupt keinen Schaden macht Wenn der wenigstens Anna Schaden machen wird Nein Alter Schwede Ist es denn so schwer Ja ist es Für mich Also spätestens wenn die Mighties da vorne Hallo in dem Grünzeug spawnen dann kann ich dann nichts mehr machen Ja magst du einen Trank haben Ist mir glaube ich jetzt sinnvoll Vor allem die regeneriert ja nicht einmal So glück gehabt dass die sofort auf mich drauf sind nach dem angriff aus sehr schön endlich heute mal was funktioniert blablabla sehr schön ich tue ich jetzt mal nicht luchten weil sonst läuft mir der hier wieder davon jetzt müssten dann noch spinnen kommen und dann hoffe ich haben wir es wo ist der jetzt vorhin gestanden da unten irgendwo ok der kommt zu nah und ich spinne noch gott trocken nix nein ich dachte da tauchen jetzt welche auf gut passt alles ist alles gut jetzt werden sie gleich kommen die machen wir jetzt noch so wo vorne kommen sie jetzt aber eigentlich ist es nur noch diese eine begegnung normalerweise ja sehr schön also es geht halt echt nur mit den flächenangriff hast ansonsten hast du keine chance außer man hat ein richtig heftig viel glück so perfekt das ist erledigt jetzt noch da halt hallo hallo jetzt zum glück aber es wohnt mich dass die eine quest mit dem share also mit dem hier oben der dead bush boss dass man den nicht mehr machen kann ab einem bestimmten level das ist sehr schade aber was soll es also was soll man jetzt hier die meros die elders und schlangen gott ach ich muss die aktivieren auch so sehe ich ja nicht wo die sind also ich schätze mal ziemlich weit unten im dungeon hier nicht genau mal schauen wie oft ich diesmal sterbe ob ich es ohne tod schaffe durch diesen dann schon durchzukommen ja natürlich mit blutung jetzt haben wir es eh gleich geschafft in die nächste ebene da brauche ich jetzt nicht mehr anhalten außer die kritten mich jetzt dann alle so was sagt der dungeon okay daher machen wir erst einmal die meros ja 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 ob ich mit den drei missionen quests auch die mit das level up schaff da bin ich gespannt aber muss ja eigentlich das ist ja sind ja nicht einmal mehr acht prozent alles hallo so du da oben auch gleich sehr schön die sind ja leicht besiegt die dürften kein problem darstellen und zwölf brauche ich auch bloß alles easy ausser die haben so drop rote wie die über die reste von dem komischen admiral glaube ich war es das geht auf jeden fall schön einmal im kreis wahrscheinlich zweimal im kreis so 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 Ah, Dropstar. Oh, X-Function. Altes Brot ja, alte Schachtel mit altem Brot. Vier Stück noch. Ja komm schon. Ich werde jetzt dann echt im Level aufsteigen, bevor ich die Quest erledigt habe. Aber die Prozente da unten, 0,16 Prozent die man da kriegt, boah, das dauert. Sind ja fast, wie viel haben das jetzt, das kann ich nicht im Kopf ausrechnen. 100 geteilt durch 0,16 sind auf jeden Fall über 500 Monster, was man besiegen muss. Gut, dann kommt als nächstes. 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 Gut, dann kommt als nächstes.